kapitel 21 arbeitssuche 2 bei der arbeitsagentur guten tag frau weber was kann ich für sie tun guten tag ich suche eine neue arbeitsstelle ich möchte ganztags arbeiten sie sind industriekauffrau und arbeiten zurzeit bei der firma koch ja aber da habe ich nur eine teilzeitstelle und verdiene netto nur 650 euro das reicht mir nicht wie lange arbeiten sie schon bei der firma noch nicht sehr lange knapp zwei jahre im moment habe ich leider gar keine freien stellen für eine industriekauffrau haben sie schon mal die stellenanzeigen der zeitung durchgeschaut ja einmal habe ich etwas gefunden und mich auch beworben die stelle war aber schon besetzt sie können auch bei firmen direkt nachfragen sie schauen am besten mal ins internet viele firmen haben eine eigene webseite mit einer jobbörse die firmen melden nicht alle freien stellen der arbeitsagentur deshalb ist es gut wenn sie selbst aktiv werden und sich auch selbstständig bewerben in der zeitung nachsehen im internet recherchieren oder die firmen direkt anschreiben das ist eine gute idee das versuche ich mal 3 ein telefon gespräch gerophil kg mein name ist frauke eid was kann ich für sie tun dölken guten tag ich rufe wegen ihrer anzeige an ist die stelle noch frei ja können sie sofort anfangen eigentlich ja mich interessiert aber die arbeitszeit gibt es schichtdienst und muss ich auch am wochenende arbeiten wir haben sehr flexible arbeitszeiten die wir immer im team besprechen und wie hoch ist der stundenlohn 8 euro 50 am wochenende 9 euro gut die stelle interessiert mich können sie gleich morgen zu uns kommen gegen 16 uhr dann lernen sie auch gleich sieben aussprache viele konsonanten die arbeit der platz der arbeitsplatz der aufstieg die möglichkeiten die aufstiegsmöglichkeiten das gehalt die erhöhung die gehaltserhöhung die gehaltserhöhung die gehaltserhöhung der beruf der wunsch der wunsch der berufswunsch der berufswunsch hallo hallo mein name ist rupert rasenberger ich bin 33 jahre alt ich habe zwei kinder und bin feuerwehrmann bei der berufsfeuerwehr münchen feuerwehrmann das ist ja eher ein ungewöhnlicher beruf herr rasenberger wie wird man feuerwehrmann also zuerst geht man ins rathaus und bewirbt sich danach gibt es die feuerwehr olympiade so nennen wir den fitness test das ist eine prüfung die die sportlichen fähigkeiten testet diesen test der ziemlich schwer ist muss man aber erstmal bestehen und dann gibt es den einstellungstest der ist schriftlich und mündlich man braucht gute rechtschreibkenntnisse ein bisschen mathe und eine gute allgemeinbildung wenn man das alles bestanden hat dann kommt die ausbildung in der feuerwehrschule die neun monate dauert dabei lernt man die aufgaben der feuerwehr also zum beispiel wie löscht man einen brand oder wie verhindert man einen brand zur ausbildung gehört auch ein kurs zur rettung von personen ja und danach ist man so ein richtiger feuerwehrmann wer kann feuerwehrmann werden im prinzip jede oder jeder man braucht aber eine abgeschlossene berufsausbildung am besten in einem handwerklichen beruf ja und man muss bürgerin oder bürger der eu sein und man muss über 18 jahre alt sein herr rasenberger warum sind sie feuerwehrmann geworden ja ich war zuvor im rettungsdienst tätig ich war sanitäter und dann habe ich mich einfach mal umgesehen nach einem job wo man bessere arbeitszeiten hat und vielleicht auch mehr geld verdient und das schien mir bei der feuerwehr ganz gut zu sein außerdem ist man bei der feuerwehr beamter auf lebenszeit und in diesen zeiten ist ein sicherer arbeitsplatz doch wichtig b teil 2 wie sind denn die arbeitsbedingungen bei der feuerwehr arbeitszeit urlaubsregelung wochenend oder nachtdienst im vergleich zu einem acht stunden job das kann man überhaupt nicht vergleichen wir haben einen 24 stunden dienst das heißt wir sind immer 24 stunden auf der feuerwehr wache tagsüber macht man reparaturen an den geräten man prüft die technik und so weiter da ist auch der dienstsport mit inbegriffen ab 17 uhr beginnt die bereitschaftszeit da kann man im prinzip machen was man mag man muss nur auf der feuerwehr wache bleiben falls ein einsatz kommt nach dem 24 stunden dienst haben wir einen tag frei dann wieder dienst dann wieder einen tag frei dann wieder dienst und dann vier tage frei das heißt man hat eine neun tage woche und in dieser neun tage woche arbeitet man dreimal 24 stunden ohne rücksicht auf wochenende oder feiertage können sie uns etwas über das gehalt sagen also ein 30 jähriger feuerwehrmann oder eine feuerwehr frau das ist wurscht ohne kinder verdient ungefähr 1750 euro vielleicht 1800 gibt es denn viele bewerber für diesen beruf oh ja es gibt immer zehn mal so viele bewerber wie es freie stellen gibt also als ich anfing waren es 280 bewerber auf 25 stellen und noch eine letzte frage was machen sie gerne in der freizeit wenn man viel freizeit hat nimmt man sich auch immer sehr viel vor wie gesagt ich habe zwei kinder die brauchen natürlich viel zeit aber die finden das schon ganz klasse wenn ihr vater wochentags zeit hat einen ganzen tag zum beispiel da fahren wir dann einfach mal weg an einen see zum campen und sonst repariere ich und renoviere ich gern alte vw oder motorräder ich fahre sehr gern motorrad vielen dank bitteschön